Zwei. Bleib hinten und feder in der vierten. Zweimal. Komm nach vorne. Nach hinten. Und verlagere das Gewicht. Und feder hinten. Zweimal. Nach vorne. Und verlagere das Gewicht nach vorne. Und feder. Schauen wir das auf eins. Klar. Achtmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Hier wirklich den Fuß an, sodass du dich deinem Knie verdrehst. Keine Verdrehung im Knie. Okay. Und dann bleiben wir. Vier Stück noch. Kommt. Wir machen noch zwei Stück. Boah, witz. Sala. Untertitelung. BR 2018